Hallo und herzlich willkommen zurück zu Goofy Troop! Ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Jetzt will ich noch schnell schauen, ob da noch irgendwo irgendwas ist. Ja, Leute, wir sind im Vulkan. Da gibt es wieder einiges an Rätseln zu lösen und jetzt gehe ich da durch. Ähm, ja, okay, ich gehe wieder zurück und dann wieder rein. Ich mach das mal so, wow, 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 wow. Hey, du verrückt! Nein, hey, hör doch. Hör auf, sag mit! Nein! Äh, hihi. Das ist ganz schlecht. Das ist überhaupt nicht mehr lustig. Ich bin jetzt irgendwie in Bedrängnis. Da steht ja überall einer! Komm her! Du weg! Nein! Na komm 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 komm! Kukus? Hallo, hallo, hallo! Nein, ich tu! Hab ich's mir jetzt gerade selbst verbaut? Sieht so aus, oder? Na, denn so kann ich da nicht mehr durch. Oder ich mach es! Ich warte jetzt einfach mal. Komm, hier bin ich! Komm, lauf mir hinterher! Lauf mir nicht so nah, so weit hinterher! Hey, hier bin ich! Oh! Oh, verdammt! Nein, nein! Hallo? Nein! Ja genau so, komm komm komm! Yes! warte muss ich das verstehen dann geht es noch nicht genau ich kann die kunden wurden was für wasser lokal zu überlegen du musst hier dich kann ich hier hin hier hin ja mal versuchen so 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 ja genau so funktioniert es so wird das funktionieren so doch hier schon weg da ja geschafft jetzt hab ich schon gedacht das klappt nicht ok da muss ich jetzt besser ganz genau überlegen wenn ich hier hin tue dann da ne die kann ich direkt aber dann hab ich das Problem kann ich so so ja jetzt wird es kompliziert wenn ich dich schon da hin schmetteren und wenn ich mich da 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 dann so so das kann ich ja nicht so 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 und dann ist fertig dann ist da vorbei oder ich habe ich erklärt du würdest so funktionieren das kann ich dann mal so 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 und so ne das geht auch nicht ach was ist jetzt los ja jetzt wird das rätsel das ist jetzt das hat es jetzt in sich oder ich auch so 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 nein moment wenn ich dich so dann geht es wieder vorbei kann das schon auch nicht sein ähm ähm sagt sagt und dann ist wieder Schluss das ist falsch das kann überhaupt nicht sein aha aha jetzt ist aber der wieder da der könnte nicht behilflich sein zwar könnte der nicht behilflich sein und dann so so gut dann so und dann so nein habe ich die draus stecken nein das geht auch nicht das kann auch nicht sein um 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 ne kein Problem Doch, Moment. Achso, nee, das hätte sowieso nicht funktioniert. Ja, Leute, dafür habe ich jetzt gerade das Rätsel gelöst. Und das hat jetzt nicht mit dem Stein zu tun, oder? Hat er das jetzt mit dem Mann das Stein zu tun, oder? Warte, schreibt es in die Kommentare, aber ich bin mir eigentlich sicher, das hat nichts damit zu tun, aber trotzdem habe ich es gelöst. Ähm, ja, Treffen ist kurz. Okay, egal. Da kann ich jetzt weiter. Okay, sieht aus, als müsste ich euch da... Äh, Leute. Ihr wisst, wer ich beim Boss bin. Ich mache ein Safe-Safe. Das wird euch hoffentlich auch so klar sein. Denn ich werde nicht das alles hier noch 20.000 Mal machen. Das könnt ihr schön vergessen. Und zuerst muss ich mal zum Boss kommen. Bevor ich überhaupt an was alles denken kann. Und tschüss. Okay, Leute. Der Boss. Und ich mache den Safe-Safe. Ähm... Ja. Oh, oh. Ach so, ja. Ja. Ich verstehe. Kann ich den jetzt einfach so... Komm. Nein. Ich glaube, ich muss jetzt immer den Kopf oder den Schwanz treffen. Au. Bist du... noch ganz spät bei Trost? Ah ja, genau. Immer schon den Kopf. Ich fliehe. Oh, hilf mir. Okay. Komm, komm. Bus, 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 bus. Und... Damn. Jawohl. Und ich glaube, jetzt wird er auch immer schneller, wenn ich mich da richtig entsinne. Aber ich habe natürlich keine Angst. Hier kann mir doch nichts passieren. Aber... Hier. Ah, es sind immer zwei. Es sind zwei, genau, Leute. Stimmt, es sind zwei. Von hier kommen können sie hoffentlich nicht kommen. Ähm... Wird die mich nämlich... Mir nämlich gar nicht gefangen. Ach, nee. Da hat es mich erwischt. Ich habe noch zwei Leben. Dong. Hurra. Uh, Glück gehabt. Kann man da jetzt immer mehr, oder? Wie muss ich das verstehen? Und jetzt... Tuck. Tuck. Und wieder einen weniger. Ja, komm, 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 komm. Tuck. Und... Toi. Och, komm schon. Hör doch eins. Auch wieder beben. Ich habe beben gar nicht gerne. Dann bin ich dich. Hahaha. Ha, ha, ha. Wieder eins ein weniger. Ja, okay, Leute. Der Boss ist eigentlich gar nicht so schwer. Ausser, dass sie... Was? Das war's? Der ist einfach schon... Ach, Mensch. Der ist einfach so jetzt gestorben? Ohne, dass ich ihn jetzt richtig getroffen habe? Dann stirbst du jetzt auch. Nein, doch. Das ist mein letztes Leben, nämlich, Leute. Und... Oh, Leute. Jetzt habe ich mir gedacht, der trifft mich. Huh? Okay, komm, 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 komm. Und... BAM, Leute. Wir haben es geschafft. In genau 10 Minuten. Also, dieses Part. Huh? Machen wir noch weiter, Leute? Ja, ich habe jetzt Lust, weiterzumachen. Aber das Passwort werde ich mir trotzdem noch schnell aufschreiben, wenn es mir laut ist. Ich werde dafür nur schnell Pause drücken. Ähm, wenn es mir dann erlaubt ist. Okay, Leute. Ähm, ich drücke schnell Pause. Bis nachher. Ja, Leute. Da bin ich schon wieder. Und ich würde sagen, dann geht's mal weiter. Ja, okay. Ähm. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich das erste Mal, weil ich immer nach dem... ...die Part, die... ...den Emulator geschlossen habe. Und deswegen kam das hier nie vor. Aber, das ist eigentlich ein bisschen spannend. Man weiss ja immer, worum es geht. Und wo wir waren. Ja. Ähm. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr das wirklich sehen? Okay. Ich lasse es ausnahmsweise jetzt mal hier. Wenn es dann sein muss. Wenn es dann sein muss. Nein, Spaß. Ich lasse es jetzt mal hier. Dann könnt ihr auch lesen. Ich glaube, die Musik dazu fehlt ein bisschen. Ja. Okay. Und weiter? Wie? Jetzt? Vielleicht? Okay, Leute. Dann gehen wir zum Schiff. Zum letzten Land. Zu... Zum letzten Level. Oh ja, wie ich dieses... ...dieser Sound-Lad liebte. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Level, das es in sich hatte. Wenn ich mich nicht wieder mal täusche. Aber den Sound finde ich einfach... ...verdammt... ...den... ...jag. Hey, aufhören. Ich zerstöre jetzt mal diese Kanone, denn die ist mir gerade ein bisschen im Weg. Ja. Hehe. Komm, bum, 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 bum. Ja. Die brauche ich dich. Ähm. Nein. Bist du... Bist du... ...nicht ganz... Bist du nicht ganz normal im Kopf? Wow. Negant. Hey, Leute. Ich höre ja schon auf. Ist ja gut. Ich habe es verstanden. Leute. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache. Ich versuche wieder... Oh. Nein! Hihihi! Kein Maul? Ähm, okay. Ich gebe schnell das Passwort ein. Ist das das hier? Ja, logisch ist das hier. Dann wieder mit Goofy! Auch wenn ich gerade total versagt habe. Diesmal mache ich hier ein Passwort. Nur so zur Sicherheit. Weil, dass ich nicht immer ganz zurück muss. Leute, entschuldigt mich. Bitte, jetzt darf ich hier aber... Ich liebe diesen Sound. Ich liebe ihn einfach. Er ist so genial. Das... Da muss man einfach... noch für Sie. Ob Häuer mich gehört! Ähm, okay. Entschüss. Tadadadad Komm her! Wuntschüss. Padadette Pap palavra Pchfoundär Und da geh ich ein bisschen nach drüben. Ich versuche diesmal nicht in kein Loch zu fallen. Wäre nicht so schön. Okay, jetzt überlegen. Die könnte ich ja schon mal da rein schubsen. Und diesmal mache ich das einfach so. Tuck. 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 Ich bin jetzt einfach weg. Und tschüss. Ja, Leute! Und auch jetzt! Ich gehe nicht durch die Tür! Ich sondern! Ich beende den Part für heute! Ja, Leute, wenn ihr es euch gefallen habt, mit diesem Sound vor allem! Da brah, 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 dann gebt einen Daumen hoch und ja, dann kann ich nur nein sagen. Bis dann und bye bye!